Verona Poth urlaubt vor einigen Wochen gemeinsam mit ihren Liebsten auf den Malediven. Dort genießt sie die traumhaften Sandstrände und das türkisfarbene Wasser in vollen Zügen. Davon postet die Zweifach-Mama immer wieder atemberaubende Schnappschüsse auf ihrem Instagram-Profil und verdreht damit vor allem den Männern reihenweise den Kopf. So auch jetzt. Die 51-Jährige teilt ein neues Video von der wunderschönen Urlaubsinsel und bringt ihre Fans schon wieder ganz schön ins Schwitzen. Denn Verona zeigt hier ihren Körper in Bestform. Die Moderatorin schlendert in einem gemusterten Bikini mit asymmetrischem Schnitt am endlos langen weißen Strand entlang. In diesem Bikini sieht die Zweifach-Mama einfach fantastisch aus. Und auch die Fans flippen aus. Tolle Figur und tolle Frau. Du hast wirklich eine super sexy Figur. Traumhaft schön. Und Hammerfigur muss man neidlos anerkennen, sind nur einige der vielen begeisterten Kommentare. Einigen Fans fällt allerdings noch etwas ganz anderes auf. Verona wirkt hier noch schlanker als sonst. Du hast aber abgenommen und wie schaffst du es, so eine Figur zu haben? Ist du überhaupt was? Ist unter den Kommentaren zu lesen. Doch die positiven Reaktionen überwiegen. Wir finden, die Figur von Verona kann sich wirklich sehen lassen.